Was bedeutet Anschaffungskosten und Anschaffungsnebenkosten einer Immobilie? Ah, ja! Als Anschaffungs- und Anschaffungsnebenkosten bezeichnet man alle Kosten, die rund um den Erwerb einer Immobilie entstehen. Anschaffungskosten sind zunächst einmal der Kaufpreis. Zu den Anschaffungsnebenkosten gehören Hypothekenverbindlichkeiten, Grunderwerbsteuer, Auflassungsgebühren, Grundbuchgebühren, Maklerprovision, Notarkosten, Steuerberaterkosten, Kosten für Sachverständige zum Zweck der Wertermittlung, Gerichtskosten, zum Beispiel bei Versteigerungen, Kosten des Umzugs. Nachträgliche Anschaffungskosten sind Sanierungs- und Renovierungskosten, auch Erschließungs- und Straßenanliegerkosten, eine Einbauküche zum Beispiel. Ein Teil dieser Kosten können Sie bei einer Immobilie, die Sie vermieten möchten, steuerlich geltend machen. Ob dies für Sie zutrifft, welche Möglichkeiten Sie haben, fragen Sie bitte Ihren Steuerberater. Mein Name ist Dorothea Lehrmann von Dorothea Lehrmann Immobilien aus Mainz. Für weitere Fragen stehe ich Ihnen sehr gern zur Verfügung. Rufen Sie mich einfach an oder schreiben Sie mir eine E-Mail. Ich freue mich auf Sie. Ich freue mich auf Sie.